Hallo und herzlich willkommen. Wir befinden uns wieder jetzt bei Dennis im Zimmer. Es ist Bloodborne, die Folge Nummer... 64. 64 sind wir. Wir sind heiß, wir sind frisch. Wir haben lange nicht gespielt und jetzt ist es wieder Zeit, ein paar Monster zu erzählen. Genau. Drei Wochen Pause. Wir hatten viel Distanz zwischen uns, wobei auch gar nicht wieder so viel, wenn ich jetzt gehört habe. Wir haben unsere Reisen verglichen. Du warst in Italien, ich war in Österreich. Wir waren gar nicht so weit voneinander. Nee, am Ende waren wir ja auch in Südtirol. Also eigentlich auch schon... Nah beieinander. Es ist quasi Österreich. Es ist quasi Österreich. Quasi alles Deutschland. Einigen wir uns da drauf. Okay, gut. Ich habe ein bisschen vorgespielt hier schon mal. Ich habe heute schon mal anderthalb Stunden gespielt. Und zwar kann ich dir gleich sagen, was ich alles gemacht habe. Ich habe viele tolle Sachen gemacht. Und zwar einerseits habe ich uns Vorrat an Blutfiolen besorgt. Nicht nur, dass unsere Blutfiolen, die er hier am Körper trägt, voll sind, sondern wir haben auch 163 in der Kiste. 163. Sprich, wir können sterben. Wir können sterben, sterben, sterben. Alles gut. Wir haben 109 Quecksilberkugeln noch in der Kiste. Also alles gut. Und so, des Weiteren habe ich ein paar Sachen gefunden, weil es mich angekotzt hat, dass wir im Gegensatz zu meinem Privatspielstand, den ich jetzt ja auch schon seit Monaten nicht mehr weitergespielt habe, dass wir da nicht so viele Gegenstände und Leute und so gefunden haben. Es gibt ja immer diese Leute, die man retten kann und so. Na klar, ja, ich erinnere mich. Und ich habe das jetzt einfach mal vorhin in einer Dreiviertelstunde alles mal zusammengesammelt, wovon ich wusste, wo es ist und so. Damit wir es einfach mal gemacht haben. Dass es einfach dann da ist in dem Video. Und zwar, das allererste, was ich euch kurz mal zeigen möchte, ist, es gab in den Mühlen, in diesen Windmühlen, die in diesem verbotenen Wald mit den ganzen Schlangen waren, da gab es diese Kanone zu finden. Okay. Das ist ein riesiger Oschi, wenn man den in die Hand nehmen würde, es geht leider nicht, weil wir 30 Stärke dafür brauchen. Und wir haben jetzt 23 oder so. Da haben wir noch ein bisschen dahinten. Ja, hier 23, rechts steht es ja. Also ein bisschen haben wir da noch, aber wenn man die in die Hand nimmt, eine Kanonenkugel ist locker so stark, wenn man die schießt. Und ich glaube, da braucht man auch nur ein Krecksilberkugelding für. Echt? Für eine Kanone? Die schießt halt nur sehr langsam, kann man sich denken. Das ist halt eine tragbare, so Schiffskanone. Und die macht aber schon so viel Schaden wie so ein starker Angriff mit der Waffe, so ein aufgeladener. Ja, ja. Also schon ganz ordentlich. Die habe ich mal gesammelt und dann habe ich noch in diesem realen Traum des Jägers, weißt du, wo wir über den Turm runtergehüpft sind. Ich gestikuliere gerade, das bringt natürlich nichts. Aber ich sehe es doch. Sehr schön. Da sind wir runtergehüpft und sind hier in den realen, verfallenen Werkstatt hier gekommen. Ja. Und da haben wir einfach komplett übersehen, dass hier in dem Schrank hier drin lag noch ein Gegenstand, so ein golden leuchtender. Den haben wir einfach komplett übersehen die ganze Zeit. Da müsste es auch verpeilt gewesen sein. Wir haben die Puppe hier in der Ecke gefunden und wir haben die Nabelschnur, die hier lag. Also ein Drittel einer Nabelschnur. Ja, und da hinten ist auch noch irgendwas, oder? Nee, das war hier nur so ein Hinweis, der ist hier so ein bla bla bla, ja, hier, gehe in die Welt hinaus und töte Bestien. Aber was war denn nun im Schrank drin? Und der Gegenstand, das kann ich dir gleich zeigen, das ist nämlich ein Kopfschmuck und der gehört der Puppe und den geben wir ihr jetzt. Hallo Süße. Hier, kleinen Haarschmuck überreichen, den überreiche ich immer. Was ist das? So fühlt sich das an, wenn man geil ist. Ach, Mann. Das ist ein Freudentränenstein, den wir bekommen haben, oder Tränenstein. Ich weiß nicht, was der macht, ich weiß nur, dass man ihr das Ding geben kann und dann kriegt man irgendwas. So, und zwar, der Tränenstein bringt zur Verwandlung einen Tropfen Blutedelstein, der jede Waffe verstärkt. Eine Puppe vergießt weder Blut noch Tränen und so bleibt seine wahre Natur unbekannt. Wer auch immer glaubt, dass er wertvoll ist, könnte nur von ernster Naivität befallen sein. Okay, also den können wir dann irgendwie umwandeln und irgendwas... Auch Kind. ...unsere Waffe oder so. Das ist aber ein einmaliger Gegenstand vermutlich jetzt. Ja, ja, ich denke auch. So, und dann, das war jetzt alles, was wir hier, glaube ich, machen konnten. Nein, stimmt ja überhaupt nicht. Also, so viel Zeit muss sein. Wir gehen jetzt noch einmal kurz zu den Badbooten hier oben, denen man lustige Hüte aufsetzen kann. Ja. Also, Daniel, so viel Zeit muss doch wirklich sein. Aber die haben jetzt sehr lustige Hüte. Ne, ja, müssen wir mal gucken. Die hatten jetzt den Zylinder vorher auf. Und jetzt können wir ihnen noch den schwarzen Boten... Warte mal, der Boten zu den schwarzen, ich glaube der schwarze ist das der neue. Ich habe einen noch gefunden. Ja, guck mal, die haben jetzt noch so irgendwie Umhänge dazu. Die sehen jetzt ein bisschen aus wie so ein Jäger, so ein Gascogne oder so. Der Linke sieht ja jetzt auch sehr hübsch aus mit seinem Mund. Ja, gut, der Linke, der hat ja schon immer so einen Vaginamund. Och. Entschuldigung, aber es ist ziemlich... Offensichtlich. Offensichtlich. Was soll ich machen? Man darf doch keinen liegen lassen. Also, keinen Witz, meine ich. So. Genau, das war alles, was wir hier machen konnten. Ja. Was jetzt neu war. Und dann habe ich noch im Kathedralenbezirk was für euch. Weil da ja die Odeon-Kapelle ist, wie wir wissen, diese Kathedrale, wo wir die Leute hinschicken können. Und nachdem Josefkas Klinik ja so ein bisschen ausgefallen ist als sicherer Unterschlupf. Weil die Dame ja Experimente gemacht hat. Ein Tag für Experimente? Ja. Genau, deswegen haben wir ja dann nur noch die Odeon-Kapelle im Endeffekt, wo wir Leute hinschicken können. Und das habe ich dann jetzt auch mal gemacht, bin die ganzen Wege nochmal abgelaufen. Und hast du nochmal alle Leute da hingeschickt? Hab nochmal alle angequatscht. Wir hatten nur die Priesterin da bisher hingeschickt, diese junge Nonne. Die war im Keller, die meinte, sie braucht jemanden von der Kirche, dem sie vertraut kann. Und da haben wir die Kirchenklamotten angezogen gehabt. Und dann haben wir sie halt voll verarscht, weil wir Kirchenklamotten angezogen haben. Jaja, junges Fräulein, wir sind natürlich von der heiligen Kirche. Da sitzt doch sie. Ne, hier sitzt jetzt die Dirne, Adriane oder so heißt sie. Die war in einem Haus in diesem, wenn du da diesen Turm runterspringst, dann kommst du ja in so einen Hinterstraßenbezirk irgendwie in Altjana, also in diesen, mit so Gassen und nebelig und so. Da waren wir nur einmal, da bist du dann durchgerannt, weil wir nichts mehr hatten an Blutfiole und es ist schon ewig her. Und in dem Bezirk mussten wir nochmal zurück, da waren wir nicht einmal seitdem. Ach Gott. Und da waren zwei Leute, die man abholen konnte. Die habe ich jetzt beide, ach guck mal, von ihr habe ich vorhin mir schon so eine Blutfiole geholt, so eine spezielle. Was ist denn das da unten? So, hier sitzt eine ältere Dame, die habe ich auch noch geholt. Die wohnte in dem verwunschenen Wald da, also mit den Spinnen und so. Da wohnte die in diesem Dorf, da gab es einen Dorfplatz und da habe ich die gefunden. Ich glaube, die weiß nicht so genau, wer wir sind. Dement? Weiß nicht. Wahrscheinlich. Oh, deine Mutter. Äh, ich rede mal nochmal mit ihr. Äh, auch ich habe Nöte. Keine Sorge. Gibt es uns jetzt Drogen, da bin ich voll dafür. Wenn ich zu meiner Oma das nächste Mal gehe und sage, ach Oma, auch ich habe Nöte. Auch ich habe Nöte. Beruhigungsmittel, na guck, haben wir Beruhigungsmittel gekriegt. Sehr gut. So, dann, genau, weil wir nur, dass wir es nochmal wissen, hier drüben steht die Nonne. Ja. Die haben wir ja schon gerettet, können wir nochmal mit ihr reden. Hi. Genau, von der hatten wir uns ja schon mal Blut gegeben lassen. Ja, genau, sie will uns nicht mehr geben, weil sie, das gibt sie einem nur alle paar Wochen oder so oder alle paar Tage oder sowas. Genau, das ist der sture Stadtbewohner oder so heißt der. Und der ist stur, der geht immer dahin, wo man ihm von abrät. Ah, okay. Weil er stur ist. Ich habe ihm natürlich gesagt, er soll zu Josefkas Klinik gehen und deswegen ist er hier aufgetaucht. Ich habe mich jetzt aufgetaucht. Genau. Weil er mir halt nicht vertraut hat. Und was ist jetzt hier mit diesem roten Typen da? So, der Witz ist, das weiß ich aber jetzt aus unserem Kompendium, das habe ich nämlich danach mal nachgelesen, es reicht wohl, wenn man vier Leute gefunden hat, damit man den Auftrag quasi erfüllt hat, hier Leute herzuschicken. Deswegen rede ich jetzt einfach mal mit ihm. Mal hören, was er zu sagen hat. Ja, vier Leute. So many. Er liebt uns für das, was wir sind. Ein Mensch. Wir lieben ihn auch dafür, für das, was er ist. Aber was ist er? Ich wüsste es gar nicht. Womit wir da neu anfangen? Aufstehen. Der hat doch gar keine Beine. Okay, wir haben eine Geste bekommen. Finde ich gut. Warte mal, wie wechselt man denn nochmal die Geste? Die nach vorne zeigen, die mache ich zum Beispiel nie. Ich mache einen Knicks habe ich bekommen von der, lass mich lügen, von der Adriane, von dieser Dürne, da ist der Triumph, dann nehme ich mal, nehme ich mal Triumph dahin, machen wir den mal, yes! Leucht, und du kriegst automatisch mal 10.000 Blutechos. Ja, das wäre geil. Können wir dann vielleicht Freunde werden? Doch, verdienst du. Na ja, komm, klar, machen wir. Ich rede mal nochmal, ach nee, okay, immer nur dasselbe. Gut, dann haben wir das. So, und jetzt steht so ein bisschen die Frage, was machen wir, weil mit Blugarius wollten wir uns ja nicht mehr beschäftigen. Wollen wir den noch einmal probieren? So, einmal. Du willst den einmal probieren? Ich möchte den gerne einmal probieren, weil wir es nochmal ganz kurz machen, bis die Folge zu Ende ist. Ja, na gut, dann gehen wir da jetzt hin. Danach machen wir auf was anderes, was dann vermutlich einfacher ist. Also, weil mein Plan wäre jetzt gewesen, dass wir wieder in die Albtraumfront gehen und uns da zum Boss vorarbeiten. Das können wir auch machen? Weil das ist jetzt, wir sind jetzt Level 62, glaube ich, und die Albtraumfront ist für 50 bis 60 vorgesehen. Sprich, es wäre jetzt. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich ganz okay, so knapp drüber und so, das sollte eigentlich gehen. Das wäre jetzt so mein Plan gewesen. Kanehurst ist das Schloss. Genau, aber wir können gerne Logarius nochmal probieren. Es tut mir leid. Ist völlig in Ordnung. Also, ich meine, die Leute wollen das ja auch sehen. Wie wir nach sechs Folgen, an dem wir an ihm gescheitert sind, weiterhin an ihm scheitern. Ich muss nochmal ganz kurz probieren, wie hier wieder die Steuerung war. Ja, du hast ja noch ein paar Meter zu laufen. Also, da zum Fahrstuhl geradezu. Zack. Zack. Genau. Dann. Dickes Schwert ist oben links, die umschalten. Genau. Aufladen ist rechts unten. Gedrückt halten, wie man das halt hat. Mhm. Gerät bedienen. Der Gerät. Der Gerät bedient es sich nicht von selbst. Oh, wenn es ein gutes Gerät wäre, würde es sich auch von selbst bedienen. Der weiß, der fragt sich, unser Typsy fragt sich auch schon, was wir da nochmal wollen. Sind wir denn da noch nicht genug gestorben? Hat er sich gerade gedacht. Nackt er, hallo. Seine Augen haben das gerade so ein bisschen so, muss ich jetzt hier echt schon wieder hin. So, jetzt frag mich aber nicht mehr, wie man hier schnellstmöglich, du musst jetzt durchrennen nach links. Genau, das war irgendwie hier so. Nein, genau, nach links. Also da hinten lang. Gerade zu und dann rechts. Das war zack. Gerade zu und dann hinten rechts und dann die Leiter hoch. Genau, das war hier hoch. Jetzt hoffen, dass man nicht abgeschossen wird, weil wenn man dreimal abgeschossen wird. Halt kreisgedrückt, dann bist du schneller. Kletterst schneller, wenn du kreisgedrückt wirst. Ah, sehr gut. Kleiner Trick. Ja. Wie war es denn jetzt denn? In welche Richtung? Da so. Ich glaube, das war hier lang, ne? Ja, genau. Und dann da links. Auf die Dächer. Ich bin doch verflucht. Ja, das ist völlig in Ordnung für mich. Ach so, dein Charakter. Das ist natürlich schlimm. So, dann war es hier nach unten, ne? Genau, dann über die Galerie da rechts. Bitte nicht runterfallen. Ne, ne. Wobei es jetzt eigentlich auch egal ist. Wieso? Wir sterben so oder so? Ja, ich wollte es jetzt so nicht gesagt haben, aber wir sind jetzt auch schon wieder zwei Level stärker, weil ich habe jetzt beim Farmen habe ich ja noch zwei Level geschafft. Ah, okay. Also, wir sind zwei Level, ja, das wird ja wohl reichen. Wir wissen ja, bei dem Spiel so zwei Level ist ja praktisch unbesiegbar. Fast unbesiegbar. Oh Gott. Also, momentan war mein interner Plan, bevor du gekommen bist, den probieren wir nochmal, wenn wir nochmal zehn Level... Guti. Aber du kannst... Wie war nochmal, wenn ich ihn gestunt habe, ich muss die Taste hier drücken, ne? Um den dann so hier auseinanderzunehmen. Naja, um ihn dann, um Eingeweideangriff zu machen, musst du nur ganz normal einfach einen kleinen Angriff machen, also den hier. Okay. Wenn er gestunt vor dir ist. Du musst dich halt direkt vor ihn stellen und dann den die Taste drücken. Guti. So. Auf geht's. Da ist er. Der blödeste Arsch, mit dem wir bisher zu tun hatten. So, für euch ist es, als wäre es gestern gewesen. Für uns ist es schon vier Wochen her, dass wir ihm begegnet sind. Okay, genau. Damit schießt er immer auf dich, mit diesem komischen Ding. Das Ding explodiert direkt vor der Nase, mit der Rutschädel. Jetzt beschwört er wieder die große Kugel von oben. Da kann man immer sehr gut ausweichen. So, in Menfek kannst du... Bei dem Ding musst du halt auch passen, dass du nicht direkt an ihm dran stehst. Große Kugel. Und dann macht er ja noch immer diese drei Totenschädel, die so nach vorne gehen. Die hatten wir aber noch nicht. Jetzt hast du ihn ein bisschen... Ja, die meine ich. Drei. Drei werden gut. Zehn. Aber du wolltest ihn schon auch heute noch angreifen, oder? Ja, klar. Ich freifund so. Nur so. Ich wollte mal ganz kurz seine Muster... Also zum Beispiel, wenn er das Ding in den Boden sticht, dann kannst du ihn angreifen. Weil er dann noch... Jetzt zum Beispiel nicht, wenn er es in den Boden sticht. Da hättest du jetzt so drei Sekunden, um ihn anzugreifen und dann wieder abzuhauen. Ja. Upsala. Ja. Aber du hast immer schon ein Prozent geschafft. Ja. Das muss man ja auch mal loben. Dankeschön. Kann ich immer nur so negativ sein, ne? Nee. Bei ihm war da Molotovs effektiv. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Bleib da jetzt da hinten in der Ecke stehen. Weiß ich nicht. Ja, ist doch gut für dich. Dann weißt du immer, wo er ist. Molotovs sind übrigens auf Viereck. Falls du mal probieren willst. Ist nur so. Du musst schnell herangehen. Ups. Und dich nicht von den blühenden Kugeln treffen lassen. Von denen da. Genau die. Du bist immer noch nicht nah genug. Du musst näher herangehen. Aber jetzt ist er weg. Naja, aber nur drei Schritte. Und weg. Und weg. Joa. Schlagen ist effektiver. Ja, voll rein. Dass das so viel Schaden macht. Diese kleinen Schädel. Das ist so gemeint. Voll, ich explodiert gleich. Okay, ran. Okay, weg, weg, weg. Nicht gierig werden. Aber das war gut. Das darfst du gerne noch drei, vier Mal machen. Dann hast du ihn. Die Molotovs sind übrigens alle von Gegnern. Die habe ich nicht gekauft. Also die kannst du ruhig auch verschmeißen. Stört mich nicht. Jetzt ist es Zeit wegzugehen. Ja, so langsam. Jetzt wird er gerade wieder ein bisschen nerviger. Ich glaube bei drei Viertel oder 70 Prozent oder so hat er dann die nächste Stufe gemacht. Es ist halt total nervig, dass er da hinten in der Ecke ist. Ja. Ja, er kommt bestimmt raus, sobald er die nächste Stufe erreicht. Also du musst noch zwei, dreimal auf ihn draufhauen. Ja, guck mal, jetzt kommt er dir schon so ein bisschen entgegen. Jetzt nicht spielerisch, aber... Der mag immer noch nicht so sehr, ne? Ne, so richtig will er nicht raus. Oh, das ist aber gemein. Durchs Dach durch. So haben wir aber nicht gewettet. Wir haben gar nicht gewettet, aber... Ha, ha, unterbrochen. Trotzdem. Du gemeiner Junge. Du willst ihn aber auch nicht zum Zug kommen lassen. Nö, also wieder nicht. Ach, jetzt hat er mich auch angewiesen. Von hinten auch noch gemein. Halt dich mal auf jeden Fall. Achso, jetzt macht er hier seine... Ja, genau. Ich dachte auch, du wärst weit genug weg. Genau, jetzt. Ah. Genau, das war der Moment, wo man ihn sehr gut... Au. Ah, das ist wieder der Schwertsturm. Da kommen jetzt immer die Schwerter geflogen von oben. Da würde ich in Deckung gehen, irgendwo hinter... Hinter irgendein Dach aufbauen. Da kommen wir auch ein paar geflogen, ne? Ne, die... Ich glaube, die gehen relativ lange weiter. Ich weiß nicht, ob die überhaupt aufhören. Bis du ihn wieder schlägst. Du musst halt aggressiv rangehen. Ansonsten... Nur ausweichend wird dieser Kampf nicht gewonnen. Ja. Boah, der hat sogar einen Schutzschild. Der Schwein. Ja, sehr schön. Schieß! Warte, warte. Mach irgendwas. Ich weiß nicht, ob man das Ding angreifen kann. Wahrscheinlich, ne? Na ja, dann gehen die Schwerter halt auch weg. Und weg. Da ist das Timing noch nicht optimal. Ne. Ich glaube, er will dich nicht gewinnen lassen, auf jeden Fall. Ne, das glaube ich auch nicht. Na, dann kommen wir wieder die Schwerter an. Ja. Gut. Soll halt nicht sein. Ne. Ja, da wäre es gewesen. Und drauf. Na, immerhin einmal noch den Eingeweideangriff. Ja, wenn man den ein paar Mal macht, dann ist er halt fast durch, ne? Hättest du halt öfter schaffen müssen. Das war es. Das war das. Aber immerhin ungefähr bis zur Hälfte. So weit waren wir schon ein paar Mal. Bist du meiner Meinung, dass wir erstmal was anderes probieren wollen? Wir probieren erstmal was anderes aus. Und dann schauen wir mal weiter. Aber hast du schon gemerkt, wie es gleich viel besser lief durch die zwei Level? Ja. Eindeutig. Unbedingt. Gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.